Liebe Bischbergerinnen und Bischberger, am kommenden Sonntag entscheiden Sie, wer neuer Bürgermeister in Bischberg wird. Ich lege Ihnen Georg Schmidt ans Herz. Er kann Bürgermeister, er ist der Bürgermeisterkandidat der CSU, er bringt Menschen zusammen und bringt Bischberg nach vorne. Er ist unabhängig, muss keinen anderen fragen, bevor er Entscheidungen trifft. Und ich denke, mit Georg Schmidt wird es in Bischberg künftig auch gut weitergehen. Deswegen unterstütze ich als stellvertretender Kreisvorsitzender der CSU, aber auch als Landtagsabgeordneter im Bayerischen Landtag Georg Schmidt. Bitte wählen Sie und unterstützen Sie Georg Schmidt. Herzlichen Dank.